265 Rabies ist ein Ortsteil der Gemeinde Schlöben im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen. Geografie Rabies liegt am Fuß des Südhangs vom Bergstock Wölmisse nahe der Landesstraße 1075 von Jena Richtung Schönleinerbürgel. Nördlich befindet sich auf dem Bergstock die Burgstelle Burkabes. Der landwirtschaftlich geprägte Ort arbeitet mit den Nachbarorten Zötnitz, Männewitz und Schlöben zusammen. Geschichte Die urkundliche Ersterwähnung von Rabies ist 1236 erfolgt. Neben dem Rittergut gab es in dem Dorf einen Freihof, auf dem oft die Besitzer wechselten. Burg Rabies, auch Luftschiff genannt, gehört auch zum Ort. Dort oben auf der Wölmisse gab es einst drei Gehöfte, eines davon war eine Gastwirtschaft. 1966 teilte man die Schließung der Gaststätte mit. In den Jahren 1776-77 wurde die Dorfkirche Rabies errichtet. Der Ort war und ist landwirtschaftlich geprägt. Heute arbeiten die Nachbardörfer eng zusammen. Die Familie von Hessler war viele Jahre Besitzer des im Ort gelegenen Rittergutes. Ihr folgte unter anderem die Familie von Hardenberg mit ihrem bekanntesten Vertreter Novalis, der im benachbarten Schlöben aufwuchs. Punkt, 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 Punkt.